Wie erkenne ich eigentlich Zeus? Kaum zu glauben, aber nur durch ein Los hatte sich unter den drei Brüdern Poseidon, Hades und Zeus entschieden, wer welches der Reiche regieren darf. Poseidon wird Herrscher über das Meer, Hades über die Unterwelt und Zeus bekommt die Herrschaft über den Olymp zugesprochen. Wenn er wütend ist, merken die Menschen das am Wetter. Blitz und Donner erscheinen dann am Himmel, dann macht Zeus auf seinen Unmut aufmerksam. Daher wird er in der bildenden Kunst oft mit dem Donner in der Hand dargestellt. Mit dieser Losung hatte er Glück, denn die Herrschaft über den Olymp ist den anderen beiden vorangestellt. Somit wird er zum mächtigsten der olympischen Götter und im Laufe der Zeit durch seine notorische Untreue auch buchstäblich zum Gottvater vieler anderer Götter und Halbgötter. Zeus schreckt vor keinerlei Schandtat zurück, um sich den Objekten seiner Begierde zu nähern. So verwandelt er sich in allerhand Objekte und Personen, beispielsweise in einen Nebel, um die arme Priesterin Io einzuholen, die sich ihm freiwillig nicht hingeben wollte. Seine Liebesabenteuer sind in der bildenden Kunst sehr weit verbreitet und boten Gelegenheit, die schönen Verwandlungen in einem ästhetischen Bildprogramm zu verwirklichen. Der erotische Gehalt kann dabei sehr explizit werden. Seine optische Darstellung als Göttervater ist leicht erkennbar. Wir haben es mit einem älteren, aber dennoch starken und muskulösen Mann zu tun, der oft oberkörperfrei und frontal dargestellt ist. Diese Darstellung lehnt sich an berühmte Büsten der Antike an, wo viele Persönlichkeiten wie beispielsweise Platon und Aristoteles als bärtige Männer zu sehen sind. Mit dieser Anlehnung an die großen Denker vermittelt diese Aufmachung Klugheit und weise Herrschaft. Zeus erscheint oft majestätisch und als der ruhigste und souveränste der Götter. Auch die Christen entlehnten seine optischen Merkmale, die für Weisheit und Bedacht stehen und gaben ihrem Gottvater ganz ähnliche Attribute. Der Adler wird zum Attribut des Zeus, da er einerseits als himmlisch und göttlich galt und andererseits eine direkte Verbindung zum Himmel hat, da er in diesen entschwinden kann. In einer Episode, der Garnimed-Entführung, verwandelt er sich sogar in diesen. Der Adler wird mit der Zeit in vielen Kulturen zunehmend zum Machtsymbol. Auch wird die Vorherrschaft Zeus manchmal durch ein Zepter unterstrichen oder indem er auf einem Thron in einer wolkenreichen Umgebung dargestellt ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir Zeus also als älteren, bärtigen und muskulösen Mann sehen, der oft mit seinem Adler und Blitz und Donner in der Hand zu erkennen ist. Der Adler wird mit dem Spohnklauchst informiert. Untertitelung des ZDF, 2020